Und Action. Der Tag gestern begann für einige Jahren Profis mit dem Nachshooting für die deutsche Fußballliga. Neben Andre Weiss und Vastel Nachrainer posierte auch mit Sebastian Freis unser letzter Neuzugang vor der Kamera. Der Stürmer hat sich auf Anhieb gut eingelebt in Regensburg. Ich bin hier sehr gut aufgenommen worden, fühle mich schon richtig wohl in der Mannschaft. Ich habe natürlich am Anfang einiges nachzuarbeiten gehabt, was mir ziemlich schwer gefallen ist, aber ich merke jetzt, dass ich nach und nach besser reinkomme. Am frühen Nachmittag ging es weiter. Mit Autogramme ergeben. Die groß angelegte Signierstunde der Jahren Profis fand in der Continental Arena statt. Unzählige Karten, Bälle und Trikots wurden fleißig unterzeichnet. Fakt ist aber auch, Training gefällt unseren Jungs noch besser. Es galt, nach der englischen Woche wieder in die Trainingsroutine zu finden. Jan George erklärte uns nach der gestrigen Einheit die Trainingsinhalte. Jetzt vor allem nach der englischen Woche schon versucht, erst mal ein bisschen abzuschalten, ein bisschen runter zu kommen. Wir haben gestern schon zwei anstrengende Einheiten gehabt und heute nochmal reduziert. Der volle Fokus liegt auf dem Spiel am Sonntag in Sandhausen. Eine weitere schwierige Aufgabe wartet auf unsere Jan-Elf. Wir müssen einfach, denke ich, zweikampfstark sein und einfach die Chancen nutzen, die wir dann vorne bekommen. Wir kriegen jedes Spiel eigentlich unsere Chancen und die gilt es dann einfach zu verwerten.